70 Jahre nach Inkrafttreten unseres Grundgesetzes gibt es unzählige Einschränkungen unserer Grund- und Freiheitsrechte. Mit dem Gesetz zur Vorratsdatenspeicherung sollen die Kontakte und Aufenthaltsorte, Bewegungen jedes Bürgers ohne Anlass einfach so gespeichert werden. Mit Staatstrojanern sollen private Geräte ausspioniert werden. Ein massenhafter Kennzeichenabgleich auf Straßen findet statt. Wir haben Löschgesetze zur Zensur, wie zum Beispiel das Netzwerkdurchsetzungsgesetz. Es sollen Uploadfilter eingeführt werden. Mit einem Darknet-Gesetz sollen Internetdienste kriminalisiert werden. Hier erleben wir, dass angstgetriebene Überwachungsminister wie Herr Seehofer in einem atemberaubenden Tempo unsere Freiheitsrechte abbauen und zerstören. Und das muss ein Ende haben. Wir müssen für unsere Freiheitsrechte kämpfen. Für Freiheit statt Angst. Und für Vertrauen statt Generalverdacht. Lasst uns auf die los, die unsere Freiheitsrechte zerstören und lasst uns für einen Stopp von Überwachungsgesetzen kämpfen.